Ja, ich kann das nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Ihren Fire Spirit. Gut gespielt, ja! In Monika Schrabi spielen wir den großen Reber das erste Mal nach dem Update. Wer es nicht mitbekommen hat, vor knapp anderthalb Tagen wurde der große Reber etwas angepasst, weil Supercell gesehen hat, dass wirklich niemand diese Karte spielt. Mittlerweile kostet die Ability nur noch ein Elixier anstatt zwei und aus dem wird die Karte von Truppen wie Bowler, Feuerball nicht mehr genockbackt. Die einzige Karte, die wirklich die Karte noch knockbacken kann, ist das Holz. Und wir testen die Mighty Miner in diesem Mighty Miner Miner Poison Deck aus und gucken mal, ob die Karte mit dabei OP ist oder ob sie allgemein etwas besser ist und mit den anderen Champions konkurrieren kann. Wenn euch dieser Karte gefällt, wenn ihr weiterhin die besten Decks in Clash-Round nicht verpassen wollt, sehr, sehr gerne den Kanal kostenabonnieren und auch sehr, sehr gerne einen Creative und Mord decken oder wirklich sagen, wir springen sofort in die Games. Ich zeige euch, ob dieses Deck wirklich spielbar ist. Also Bodenlos, Early Season ist wirklich, du bist einfach gefühlt so, ich weiß nicht, so in der Psychiatrie für so eine Woche. Ich werde von Lava spielen oder ich ziehe in Jigiro, das ist wirklich ein Witz. Lightning, Barber, Snowball, Vergewöhnung, E-Bus, Ben, okay. I don't know what's now. Ich bin besser, als wer. Yo, Boss Chris, der Goat himself. Haut Zaps raus. Oh ja, ich bin gerade gekommen. Oh ja, ich bin gerade gekommen. Boss Chris, mit 5Ghälften Zaps, 7 in den Chat für Boss Chris, einer der OG-Supporter hier. Ich bin gerade gekommen. Vielen, vielen Dank, Boss Chris, Junge, was geht. Kuss, 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 kuss. Dankeschön für dein Sofort. Oh ja, ich bin gerade gekommen. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Oh, fun. Den zünden wir mal. Dann gibt's hier in meiner Reihen. Für den Chip. Das ist sehr geil. Dankeschön. Ehre, 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 Ehre. Oh, falls mir so geil. Er hat einfach nicht so so eine Bandit. Oh ja, ich bin gerade gekommen. Die will er, glaube ich, eigentlich nicht spielen. Ja, die Traktion des Schmutz. Hm. Frage ist, wie wir diesen großen Push-Defenden. Hilfe! Der Rambo schlecht. Ehre. Ja, relativ easy, Digga. Oh ja, ich bin gerade gekommen. Boss Chris, ich danke dir viermal für dein Sofort. Oh ja, du bist ein Macher. Danke für den Sofort. Hilfe! 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 Junge, die Defense, wir leben! Hm. Holy, wie reich! Wo ist ein Block? Meiner drauf und das war's, oder? Ja, tschüss. Gut gespielt! Ja! Nein, es gibt kein Replay von Morton Royale. Was will der Karma wieder, Digga? Ich weiß nicht, wie er kam, wie er kommentiert ist, Digga. Guck ihn dir an. Oh ja, ich weiß nicht, wie er kommentiert ist, Digga. Ich gehe mal rein. Ich gehe mal rein. Mal schauen, was heute noch ansteht. Könnte sein, könnte sein, nein. Könnte auch sagen, dass wir morgen etwas längeren Stream auf dem Account machen. Heute würde ich gerne erstmal auf Platz 1 kommen. Ah, Karma ist so cringe, Digga. dealt mir Oder wieder ohne Grund zum Magic Archer? Und los. Für meiner Chip. Ach der Weihnachtsmann Was dir auf jeden Fall sagen kannst, ist, dass du ein Clown bist Das geht auch nicht, dann nennst du eigentlich mal deinen Namen Schwierig, MT hat jetzt einfach nur noch Trash Oh, der Connected, huge Hmm Ihren Firespirit Geiler Macher Okay, büte Garninen Ach Bruder Wie so Morderknechte Hast du schon mal Gedanken, wovon du Morden heißt Ne Bruder, ich mach mir über andere Dinge im Leben Gedanken Cgc, ccc zu gewinnen, Lava Klon Der Miner war interessant, weil er muss jetzt wieder Holzen oder Batch spielen Ja genau Sehr nice, good job Gebe ich dir auch rein, danke dir Hat er keinen Card? Jo, ne irgendwie nicht so Ich meine Der Hetzen hätte wirklich gut gegen Miner Aber irgendwie abuse er bisher seine Kennen gehört nicht Irgendwie 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 Karnoman Nicht so gut aus bisher Nicht so gut aus bisher Nicht so gut aus bisher Oh ja Ich bin grad gekommen Oh ja Ich bin grad gekommen Jo Oh Oh ja Oh ja Okay Oh ja Okay Entschuldigung Ich bin crazy Oh ja Ich bin einig Ich bin Ich meine, wenn wir dann am Ende diesen 3 Karten Cycle going haben mit dem Mighty Miner, dann können wir halt 1000 Damage und 2 Sekunden durchcyceln Fokus, Fokus, Fokus Freize, Nade, Alune, in Family, Skywall Interessante zu spielen von ihm Recycling Firespirt durch um zu Delivery zu gelangen Tom geht auf 2,7 Guter Start Also mit Valk oder? Ja, früher haben wir es mit Gold Knight gespielt, mal mit Valk, ein Stack ist eigentlich immer Rival auch Bats anstatt Firespürt ich mein Stack generell ist halt übel solid Und Ido ist auch mal in Entfernung drin Ich meine, das Deck in der Komposition ist halt komplett strong Komisch gespielt von ihm, verstehe ich nicht Boah, das war knapp Sehr gut Lumber Ich finde Firespürt Brücke ist so ein bonuser Play Ja, ich war in Amsterdam once In Amsterdam Cool City Dieser ekelige Rotz Bisschen gesmoked, die Stars Ne, wir waren für Zelda 2,18 Combine Ganz, ganz wild Ich bin hier, du willst du spielen Einfach ohne Grund, oder nicht? Ich meine, Mighty 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 Defense ist actually solid Also die Bombe Hilft viel Ich kann das nicht mehr, Bruder, ich kann das nicht mehr Ja, ich kann das nicht mehr Ich kann das nicht mehr Ich kann das nicht mehr Oh mein Gott, Digga Ich kann das nicht mehr Auch an Ich kann das nicht mehr Ins Haz Und Kompost die wir irgendwas